Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute aus der V6 Zentrale Langenhagen. Nachdem dieser V6 Motor fertig ist, können wir jetzt endlich Marios V6 Motor zusammenbauen, weil vorher war es zeitmäßig einfach nicht machbar. Egal, wir bauen jetzt trotzdem zusammen. Den Motor kennt ihr, aus etlichen Folgen bei Björn. Wir haben ihn gehohnt, geplant, Ringe reingemacht, neue Kolben, Pläu vermessen, Kurbelwelle gebuchtet und 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 und. Das heißt, eigentlich ist das Ding einmal durch. Wir verbauen kürzere Pläu, um die Verdichtung ein bisschen nach oben zu bringen und um die auf die Platte zu verzichten. Da komme ich aber noch mal drauf, wenn wir an der Stelle sind. Jetzt geht es erstmal los mit dem Zusammenbau. Der Motor wurde zwar eigentlich von Björn schon entgereinigt, jetzt stand allerdings zwei Morde rum, deswegen hat Marios den eben gerade noch einmal komplett durchgereinigt. Das heißt, die Deckel für die Ölkanäle ausgetrieben, sieht man hier drüben, und einmal alles gespült im Prinzip. Er hat vier Stück von den großen. In der Fertigung werden die waren ja einfach nur längst gebohrt und dann links rechts wieder verschlossen quasi und die habe ich jetzt rausgenommen und einmal alles gespült. Ganz wichtig, auch Tipp von Björn, auf jeden Fall diese Deckel raus und richtig richtig durchspülen, weil da kam auch tatsächlich richtig viel raus. Da stand richtig Dreck vor. Obwohl dieser Motor ja vorher nicht kaputt war, wir haben ihn ja nur zur Revision zerlegt und trotzdem war halt durch die Bearbeitung jede Menge Dreck. Also da zählt wirklich, nehmt euch mindestens eine halbe Stunde Zeit, um so einen Block nach der Bearbeitung zu zu reinigen und geht wirklich mit dem Hochdruckreiniger in jedem Kanal einmal alles durch, ne. So, ja, Lagerschalen, Kurbelwelle. Genau, also Kolbenbodenkühlung sind schon wieder drin. Der hat ja so sechs Einspritzdüsen, Ölspritzdüsen. Das sind diese kleinen Dinger hier. Genau, die kommen unter die Lagerschalen, die müssen zuerst rein. Witziges Prinzip, komplett anders als bei mir an der Limo. Also eigentlich das gleiche Prinzip. Praktisch spritzen die aber einfach auf der Unterseite aus dem Bock raus. Bei mir ist das ja richtig so eine kleine Düse und hier ist das ein bisschen einfacher gehalten und direkt da raus, ne. Ja. Ja, dann im Prinzip jetzt Hauptlagerschalen einsetzen, Stähwolzen reindrehen. Hauptlagerschalen machen wir ja eigentlich rein, ne. Genau, die bewahren ja noch gut. Genau, da sagt er selbst, Björn, die sind noch so gut, die können wir auf jeden Fall verlassen. Ja. Plolllagerschalen kommen neue rein, weil wir ja neue Plollrei machen, kürzere und deswegen auch neue Schalen. Ja, dann fangen wir an. So, da gab es beim letzten Mal ein paar Diskussionen drum, ob man jetzt hier Öl drunter macht oder nicht. Ich bin immer der Meinung, es ist egal. Ich habe bisher auch immer Öl drunter gemacht. Gerade, ihr seht ja, genau hier aus dieser Bohrung kommt eh das Öl aus dem Motor raus. Das heißt, ich behaupte jetzt einfach mal, ob du es hier fettfrei oder nicht fettfrei machst. Sobald da ein bisschen Öldruck drauf ist, drückt sich das eh links und rechts aus der Schale raus und das ist eh egal. Björn sagt auch, man muss es trocken einsetzen. Somit haben wir es theoretisch falsch gemacht. Praktisch, sagt er aber auch, wird das ziemlich egal sein. Achtung, René, aufpassen. Aber wir machen es diesmal trocken, damit alle happy sind. So, die Schalen waren Original VW, ne? Genau. Von damals noch. Ich hatte diesen Motor ja mal neu gekauft. Oh, das ist sogar markiert. Jetzt sehe ich es. Ich wollte gerade nachfragen, woher du weißt, welche Schale jetzt rein muss. Sogar beschriftet. Wobei die Welle ja jetzt gelappt ist, ist es eigentlich wahrscheinlich eh egal, ne? Eine Sache, die wir gegenüber dem alten Motor ändern. Letztes Mal, weil die Hauptlagergasse noch mit den Originalschrauben verschraubt. Genau. Jetzt kommt diese Pro Series Bolzen zum Einsatz. Ob es beim VW6 schon notwendig war, wissen wir nicht. Die Welle war allerdings krumm, falls ihr euch daran erinnert. Da hat Björn mit einem großen Hammer drauf rumgehämmert. Ob das daran lag, dass die Originalschrauben vielleicht schon zu schwach waren, weiß man nicht. Sie waren auf jeden Fall noch fest beim beim Losmachen. Deswegen jetzt lieber diese Bolzen rein. Finger. Einfach ein bisschen Öl aus Gewinde. Das kann nie schaden. Ist ja übelig, ist ja fröhlich. Der Standardspruch. So, Björn macht das ja immer so professionell im Akkuschrauber. So, hier seht ihr die Anlaufscheiben, die Marius gerade rein gemacht hat. Die haben wir jetzt einfach mit Fett erstmal so ein bisschen fixiert, sonst würden sie runterfallen. Die sind dafür da, dass wenn ihr auf dieser Seite die Kupplung tretet, verschiebt sich ja logischerweise die ganze Welle ein bisschen nach hier, während sich die Welle weiter dreht. Und dann läuft die hier gegen diese Lagerflächen. Natürlich genauso in die andere Richtung auch. Das heißt, die Schalen sind dafür da, die radiale Kraft von der Welle aufzunehmen. Kann man ganz gerne mal beim Zusammenbau vergessen. Gerade weil die auch mal gerne rausfallen und so. Deswegen da auf jeden Fall immer drauf achten. Aber ist es nicht axial? Axial, hast du recht. Axial, passt ja. Irgendwie passt einer auch hier, ne? Ist das irgendwie so im richtigen Wickel? Guck mal, dieses Öl ist echt krass. Was hast du, was für eine richtig schöne Spur zieht? Ja. So. Jetzt machen wir lieber noch ein bisschen Öl drauf. Kann nie schaden. So, diese, ich sag jetzt mal, Gleitpaste dürft ihr auf jeden Fall niemals vergessen und auch nicht zu sparsam damit sein. Ähm, die minimiert nämlich die Reibung so stark, dass ihr ohne die Pastung, ohne die Paste, dass die Mutter wirklich viel, 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 viel stärker anziehen müsstet, als das, was der Hersteller da eigentlich angibt. Björn macht es bei Bannchenmotoren sogar so, dass der die einmal anzieht, die Mutter wieder abdreht und noch mal Paste dazwischen macht, um wirklich sicher zu gehen, dass die Paste wirklich über alles so sehen soll. Also an den Fingern ist genug. Sie fragen, ob er meiner Mutter auch genau hat. Ob sich Björn wohl diese Videos auch anguckt, wie die Hände beim Kopf zusammenschlägen, wenn er das sieht? Er sagt zumindest immer, er guckt es sich nicht an. Ich denke mal, er wird zuschauen und gucken, ob ich auch aufgepasst habe. In seiner Motorenschule? Genau. Oder ob ich die Lagerschalen wieder mit Öl einsetze. So, wir ziehen die jetzt in drei Durchgängen von innen nach außen an. Prinzipiell beim Anziehen ist es erstmal fast egal, ob ihr jetzt mit 20, 30 Newtonmeter anfängt, ist jetzt erstmal Peng. Wir machen 30 Newtonmeter und dann, wichtig, von innen nach außen. Bist eigentlich schon ein bisschen aufgeregt, ob das Ding wieder fährt oder? Eigentlich muss er nur einmal 290 fahren. So, das heißt, du willst dieses Jahr auf jeden Fall primär halbe Meile wieder fahren? Ja. Ja, Viertelmeile hat einfach nicht die Disziplin von dem Auto, ne? Ja. Mhm. 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 So, ich bin ja immer noch in meinem 300. Für 92 brauchen wir den Quatsch nicht machen. So, jetzt letzter Durchgang. 110 Newton. Zehner Gewinde, kriegen 110. Ihr erinnert euch, bei Limo haben wir 130 gemacht, weil dort ist das eine M11-Verschraubung. So, Schrauben sind angezogen, 110 Newtonmeter, beziehungsweise Muttern. Ähm, Welle dreht sich auch noch. Das ist immer so die, die Hauptsache. Jetzt lasst uns als allererstes die Stopfen seitlich wieder reinmachen. Mhm. Bevor beim ersten Start auf einmal das Öl rausläuft. Aber da müssen auch noch was herfahren. Ja, aber was verhandeln haben wir, ne? Ich werde jetzt nie vergessen, dass ich jetzt das allererste Mal meine Limo-Zimmel gebohrt habe. Habe ich im vorderen Flansch eine Schraube vergessen, die unterm Zahnriemen ist und genau da ist das ganze Öl rausgekommen. Weil die den vorderen Motordeckel öffnet. Das war auch richtig Baustelle. Diese Deckel gibt es übrigens sowohl im Zubehör zu kaufen, als auch original bei VW noch zu kaufen. Ganz wichtig. Was hast du, was ist das für eine, das ist keine Schraubensicherung, sondern das ist richtig für... Ne, Fügen, Welle, Narbe ist das jetzt. So richtig. Füll mal fest. Ordentlich. Auch Björn sagte, auf gar keinen Fall die alten wieder reinmachen. Selbst wenn man sie heile rauskriegt, da hat er wohl schon Motoren gesehen, wo die auf jeden Fall rauskommen. Weil, ihr dürft nicht vergessen, hier sind 5 Bar drauf, 6 Bar. Was hat denn Ölruck gehabt? Ja. Oder auch mal 7 Bar. Oder mal 7 Bar. Also da ist auf jeden Fall gut Druck hinter. Daher auf jeden Fall einkleben und am besten auch immer neu machen. Ist ein Pfennigartikel. Ja, jetzt sind wir auf der Seite eigentlich soweit schon fertig. Ich zeige euch nochmal kurz, was Björn an der Welle eigentlich gemacht hat. Björn hat die Kohlwelle erstmal gerichtet. Anschließend hat er sie komplett mit Schwungrad, Kolben, Ploll und so weiter gewuchtet. Das seht ihr hier an diesen neuen Bohrungen. Und am Ende hat er die ganze Welle noch einmal durchpoliert, geleppt, dass sie jetzt wieder richtig schön frisch ist und direkt rein kann. Hoffentlich. Jetzt sind wir auf der Seite eigentlich fertig. Jetzt drehen wir ihn um und dann geht's auf. Jawohl. So. Ihr erinnert euch, letztes Video, es kommen neue Kolben zum Einsatz, weil die alten gebrochen waren. Das wiederum heißt auch neue Kolbenringe. Neue Kolbenringe müsst ihr immer einmal einmessen. Das heißt, ihr müsst die Ringe hier einmal reinschieben und das Stoßspiel messen. Und das würde ich sagen, machst du jetzt mal. Genau. Ich habe das bei fünf von sechs Kolben schon getan. Das Stoßspiel, worüber Philipp eben sprach, ist quasi das, was hier zwischen noch überbleibt, wenn der Kolben eingesetzt ist. Weil wenn natürlich der Kolbenring warm wird, dehnt er sich aus und das Spiel wird kleiner. Ist dieses Spiel nicht groß genug und er dehnt sich aus, würde er fressen, weil er keinen Platz hat zum Ausdehnen oder wahrscheinlich brechen der Kolbenring. Also gibt es da Herstellervorgaben oder Erfahrungswerte von Björn, wonach wir das Stoßspiel wählen sollten. So, dann würde ich einmal, das ist der obere Kolbenring vom sechsten Zylinder, das wäre dann hier der Fall. Ganz wichtig, ihr müsst euch das natürlich zylinderspezifisch immer durchmarkieren, weil natürlich jeder Zylinder und jeder Ring ein bisschen anders ist. Und am Ende soll es natürlich immer so sein, wie ihr es auch gemessen und eingestellt habt. Genau, dann nehmen wir hier mal so einen alten Kolben, lassen den da vorsichtig reinsacken, damit der Kolbenring auf jeden Fall vernünftig zentriert ist und gerade in der Bohrung drin ist. Und dann soll der Kolbenring ein Stoßspiel von 0,45 haben. Die Lehre haben wir hier leider nicht, also nehmen wir 20 und 25. Und gehen jetzt hier zwischen. Das wird jetzt wahrscheinlich schwer zu filmen. Ja, aber man sieht, die geht da saugend rein. Also das habe ich jetzt vorher schon bearbeitet mit der Pfeile, einfach von Hand. Das heißt, die neuen Ringe waren auf jeden Fall alle zu klein? Das war zu klein, nicht viel, aber ein bisschen war es zu klein. Wie viel haben die ungefähr gehabt? Genau, so 0,35, 0,4. Die Bohren waren ein bisschen unterschiedlich, weil die wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich groß sind. Und dann wirklich Kolbenring neben Pfeile? Genau, einfach normal. Auch nur leicht drüber, es ist wirklich nur so 4,5 Hiebe, dann nimmt man da schon genug ab. Ja, der zweite Ring, das gleiche Spiel, der soll bekommen 0,5. Der hat also ein bisschen mehr. Sieht auch von der Form her ein bisschen anders aus. Und zuletzt kommt dann der, ja wie heißt der? Ölabstreifring. Der Abstreifring. Die haben alle gepasst, da mussten wir nichts korrigieren. Ich glaube am entscheidendsten sind auch die beiden Orsten. Ganz wichtig, immer machen, passt eigentlich nie. Kaum einer macht es, ist aber definitiv wichtig. Bei deinem alten Motor hatten wir es damals nicht gemacht. Da hatten wir einfach Kolben raus, nur Pläu getauscht. Das heißt, der wird tendenziell definitiv zu wenig Spiel gehabt haben. Plus die hohen Temperaturen im Toromotor. Weiß man bis heute nicht, ob das vielleicht auch ein Grund, warum die Kolben gebrochen waren. Möglich, ja. Jetzt haben wir es mal angestellt. So, jetzt kommt deine Lieblingsaufgabe, die Kolbenringe auf den Kolben. Das macht Mare das besonders gerne. Habe ich zu Rollerzeiten schon gehabt, die Aufgabe. Aber Philipp hat hier so eine wundersame Einsteinsange gesorgt. So, zweiter Ring zuerst. Top, also oben. Ja, mit der Zange ist das eigentlich idiotensicher. Vielleicht brechen wir ihn jetzt ja auch live kaputt. Achso, sollten wir schon mit den Kolben nehmen, ne? Du hast sogar tatsächlich gerade Kolben 6 gesagt. Aber 4 genommen. Ja. 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 Ja, ja. Haas. 4. 9. 5. 10. 10. 10. 10. 10. Hier auf der Unterseite seht ihr nochmal, wo Björn das Gewicht von den Kolben angepasst hatte. Jetzt kommen wir zum spaßigsten Teil, neuer Kolben und die Sicherungsringe rein machen, weil man rutscht immer gerne mal so ein bisschen ab und macht ein paar Kratzer. Und das macht halt keiner gerne. Ich empfehle immer ein paar Kunststoffbacken für den Schraubstock nehmen, dass man das Ganze zumindest schon mal sicher eingespannt hat. Und dann geht die Fummelei auch los. So, der eine fängt hinten an und drückt das den Kreis rund rein. Das geht auch. Klack. Nicht abgerutscht. Marius schwitzt gerade, Marius schwitzt schon. Das Gute ist, ich muss nur einen machen, die restlichen kann Marius jetzt machen. So, ich würde sagen, genug für heute. Euch erwarten noch jede Menge VR6-Teile, denn jetzt geht es jede Woche mit diesem Motor weiter. Nächste Woche seht ihr, wie der Kopf draufkommt. Dann gibt es auf jeden Fall ein cooles Video zum Thema Getriebe, kommt nämlich auch ein anderes Getriebe dran. Dann geht es mit Krümmerbau los, neuer Turbolader. Genau. Wann soll das Auto fahren? Ja, die ersten Events, die ersten beiden Halbemal-Events schaffen wir leider nicht, oder ich zumindest nicht. Genau, da sind wir nämlich leider am Wörtersee. Aber ich denke mal Juni, Juli so, also so Juni, Abstimmung, Juli fahren, das wäre mein Ziel. Aber ich denke, das müsste eigentlich sogar vorher gehen. Mal gucken. Mal ein bisschen Abgasanlage bauen. Also ein bisschen. Ja, ihr kriegt jetzt noch ein cooles Zeitraffer, wie wir den Rest zusammenbauen. Und dann melden wir uns im nächsten Video zurück, wie wir die Ringe hier rein machen und den Kopf montieren. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen geändert. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.